Das ist Fleck. Es ist der Bruder von Finn. Leider ist er etwas unsicher ohne seinen Bruder. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr lieber Hund. Er ist aufgestellt, genauso aktiv wie sein Bruder auch. Also beide lieben die Bewegung. Auch er ist natürlich schon längere Zeit bei uns in der Station. Für ihn wäre es schön, endlich die Station zu verlassen. Und er ist sehr menschenbezogen auch. Er liebt berührt zu werden, Streicheleinheiten. Ist für ihn alles kein Problem. Wie man sieht, ist er auch sehr interessiert an seiner Umwelt. Es ist alles in allem ein toller Hund.